Lösch dich, du Idiot! Oh, schon der erste Dämmensbalken verbrannt. Nein, geh weg! Was, wo bist du hin? Er kapiert's nicht. Also, vielleicht dämlich, oder? Er kapiert's einfach nicht! Ich könnte ihm in die Fresse hauen! Er rennt am Medikid vorbei, Alter! Ich hasse ihn! Jetzt sucht er seinen Gesundheitsbalken, Alter! Er kapiert's nicht! Das ist so traurig! Jo, Leute, was geht bei euch? Hier ist wieder euer Senses Survivor und diesmal mit einer Perle, mit einer wahren, echten Perle der Spielgeschichte, der Spielhistorie geht ein in die Geschichte der Menschheit. Meine aller, allerersten Runs, meine allerersten Runs in Hunt Showdown. Das Video stammt von 2018, vom 18.12.2018, um genau zu sein. Also, wie gesagt, jetzt schon fast auf den Tag zwei Jahre her. Ja, dazu werde ich einige Kommentare noch selber abliefern. Ich hatte damals keine Facecam. Die Audioqualität ist leider nicht die beste. Ich hatte damals noch mein altes Headset und... Ja, aber dieses Gameplay, das müsst ihr euch gönnen, Leute. Das ist so phänomenal, wie ich praktisch über die Map geschossen bin. Geflogen regelrecht, wie ich dieses Spiel sofort verinnerlicht habe. Und... fantastisch! Aber, Leute, nichts für schwache Nerven. Aber ich garantiere euch, wer die Nerven behält und bis zum Ende durchsteht, der wird belohnt. Ohne Scheiß. Also, zieht ihr euch rein, viel Spaß. Achso, und frohe Weihnachten wünsche ich euch jetzt schon mal. Bis dahin, tschüssi! So, hier hatte ich mich fürs Quickplay entschieden, also fürs Schnellspiel. Natürlich keine Ahnung, was es bedeutet. Warte mal, ich wähle das Solospiel und warte jetzt auf andere Spieler. Das ist auch nicht schlecht. Macht ja irgendwie Sinn. Oder sind das die Zombies dann? Ich weiß es nicht. Ich war ja fälschlicherweise der Annahme, dass ich ein Solospiel habe, also wirklich allein auf der Map bin gegen Zombies sozusagen. Ich habe nicht im Traum dran gedacht, dass es auch noch andere Spieler geben könnte. Ich würde eigentlich gerne laufen. Ich würde eigentlich gerne laufen. Alter. Oh nein. Was passiert jetzt hier? Hallo? Ja, Alter, wir warten noch auf andere Spieler. Steh doch dort. Aber da ich ja nicht wusste, dass andere Spieler, also echte Menschen noch mit auf der Map sind. Warten wir auf andere Spieler. Kann ich jetzt so lange nichts machen, bis ich das andere spiele? Genau, Alter, so sieht es aus. Okay, jetzt. Ja, der Sound, man merkt es auch. Die Audioqualität, also damals hatte ich noch mein Headset und die Sprachqualität ist schon echt kacke. Der In-Game-Sound ist etwas zu laut. Mit Springen habe ich es ja nicht so, oder? Der Konzerbeweg ist auch nicht der Zeit gelöst. Ja, das ist auch... Irgendwie war das früher. Langsamer, oder? Bisschen laut. Bisschen laut. Kann ich es mir ja leiser machen? Ja, mach mal leiser, Alter. Wir haben ein bisschen mehr jetzt ruhig noch machen können. Ja, aber er läuft so schwer, so behäbig irgendwie. Fast langsam im Vergleich zu heute. Da sind zwei Typen voll ins Bein geschossen. Okay, da ist noch eine. Jetzt nicht gerade die Horror-Acts schon. Ich kriege den Headshot hin. Okay. Nicht schlecht. Was soll ich dazu sagen? Also... Gut, ich hatte es mit Shootern noch nicht so. What the fuck? Jedes Mal hier den Bolzen einsammeln? Hä? Ich habe den Bolzen noch eingesammelt. Alter, ich fall vom Glauben ab. Kannst du keinem erzählen. Ich lad mich nach. Bin ich doof, oder was? Äh, wartet mal kurz, Jungs. Ja, ja, wir warten kurz. Endlich. Ah, okay. Ah, nachladen, genau. Nachladen, stimmt. Hast du es endlich kapiert, Alter? Du bist so ein Vollfuss. Ist ja richtig. Ist das schon krass, oder? So, jetzt kriegst du's. Ach so. Da liegst du nun. Wie man sich angestellt hat mal früher. Äh, gibt's hier irgendwas? Habt ihr was? Hast du was? Ne. Hast du irgendwas? Was sind das Bienen da hinten? Die Fliegenschlampe ist auch... Hat auch einen ganz komischen Sound. Sie sinkt irgendwie so richtig. Äh... Warte mal, mein... Ich helfe hier. Ach nee, äh, nachladen. Aaaaaaah, nachladen! Aaaaah, die Bienen losgelassen! Was ist das? Lass mich! Warte! Da! Aaaaaah! Was ist das? Oh mein Gott! Ich hatte irgendwas. Und nun? Und vor allen Dingen, man, achte auch... ...auf mein Let's Player-Talent. Was wollt ihr von mir, Alter? Was ist das, was da an mir hängt? Pfeil verschissen? Steht da, Typ? Jetzt lad mal. Er hat sich aus dem Stolp gemacht. Wo ist denn die? Ein Pfeil weg. Hat er meinen Pfeil mitgenommen? Hat er meinen Pfeil mitgenommen? Hat er meinen Pfeil mitgenommen? Das passiert natürlich heute auch noch. Fetzt? Ähm... Damit kann ich eigentlich, glaube ich, gleich... ...schieb zu machen. Alter, du hast noch 12 Pfeile, Alter! Vielleicht kann ich auch mit Stein werfen. Ich hab's nicht kapiert, oder? Hat er noch einen Pfeil? Ja, okay. Jetzt. Lange hat's gedauert, aber... Ich könnte mir selbst in die Fresse hauen. Also der sei ja nicht grad aus, als wäre er so behendet, dass er über den Zaun springen kann. Über den mannshohen Zaun sowieso nicht. So, hallo? So, hallo? Ich bin ein echtes Let's Player Talent gewesen. Das sollte ja ursprünglich mal... ...der Auftakt zu meiner YouTube-Karriere werden. Aber nicht grad die saubersten Leute, die hier gewohnt haben. Warte mal. Was soll ich öffnen? Ach, die Tür. Okay. Ist doch keine Mittler-Munition. Geil. Handy. Hat er noch sein Handy legen lassen. Wartwitz. Ach, das ist die Munition. Achso. Alter. Na, jetzt kriegen sie's mit Mama. Sportfreunde. Ich hab echt gedacht, ich bin allein auf der Map, hm? Ich glaube, vorn wurde sogar schon geschossen, aber das habe ich überhaupt nicht kapiert. Ah, der Erste. Junge, komm mal hier lang. Hier bin ich. Hier. Jetzt ist er da drüben. Na? Na? Alter, auf was hab ich denn gewartet? Aha. Kopf war weg. Okay. Da haben wir es schon mal nicht schlecht. Wie lange man sich in 5 Quadratmetern aufhalten kann, ist mir auch ein Gehitzter. Aber ich wollte halt alles erkunden, jede Ecke. Warte mal, warte mal, warte mal. Was sind denn Fässern? Munition? Ja, die können ja nicht aufhören, hab ich schon mal gesagt. Fassiert nicht kaputt. Gut gebaut. Man merkt, dass ich nur Rollenspiele gespielt habe bis dahin. Ich dachte, ich kann überall auch was looten, was kaputt schlagen, Fässer oder so. Ja, Sprache, Lebenskraftspritze. Ja. Dann benutze mal die Spritze, Alter. Das ist schon fast nicht zu schauen. Na, gib mal. Mensch! Ich will dich verletzen. Aua, du Ochser. Ah, oh geil. Achst. Ja, was soll ich denn machen? Krieg ich mal? Kann ich mir bitte die Spritze verpassen? Es geht ja gar nicht eigentlich sowas wie ein Inventar. Ein bisschen dünn, oder? Drei ist irgendwie überhaupt nichts belegt. Vier ist meine Spritze, die ich nicht brauch. Wo ist die Axt jetzt, verdammte Axt? Wollt ihr mich verarschen? Das geht mir schon auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht mir auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Das geht mir auf den Sack. Warum schmeißt er die Axt wieder weg? Frechheit. Hm? War schon mal nicht schlecht. Warte. Die sind nach oben, oder? Oben. Auf dem Dach, ja. Die sind auf dem Dach. Soll ich mal an, als würde das von oben kommen. Okay. Das ging aber schnell. Geheilt. Ich werde gegen die Wand hauen können. Oh mein Gott. Na ja, ein Versuch war es wert. Er versucht es aber immer wieder. Ist ja schön, dass sie mir sagen, was nicht drin ist. Wenn ihr wisst was drin ist. Ja, Munition, Alter. ich dachte halt ich kann alles aufsammeln was da so rumliegt wie man es halt von den rollenspielen her kennt alles einsammeln die hätte ich mal mitnehmen können ich sehe gerade damals haben auch die türen und toren nicht so geblinkt das kam erst später rein jetzt kann man es ja wieder raus jetzt kann man es ja wieder abstellen du warst es kommt er hat eine steinnetze da hat er zwei schutzhelden aber es hat ihn nicht gerettet sehr schön gesagt bist du lieb bist du lieb soll ich das jetzt mal losen ja komm mal her ja du schaffst das ruhe dich meine Weile aus ich kann noch mal zu damals war ich noch pferdeliebhaber aber zieht euch mal rein was ich hier für einen lärm mache ich stehe hier aber gar nichts durchschlagen alter wie ich dort rumlaufe es ist kein jäger gekommen dass das ist schon echt krass bisschen langweilig muss ich sagen alter weil du keine ahnung hast kein mensch weiß was herkommt ist die auf dem dach hört sich an wie auf dem dach aber wie soll ich da hochkommen jetzt guckt ihr die gottverdammte map an du idiot bis jetzt nicht da ihr wächst ja krass das ist auch heute nicht mehr da ok erschrocken habe ich mich schon warte warte klar ok so passt auf ey bist du bescheuert was jetzt was hä ich hab nicht gesehen dass da oben eine zeit abläuft ich hab doch alles tot geschlagen ich hab doch alles tot geschlagen alter das hab ich nicht kapiert wenn ich dem pferd noch ein rest geben sollte oder so um meine seele zu retten was hättest du machen dass ich jetzt bestraft weil ich das pferd nicht tot geschlagen habe das pferd hätte sterben müssen damit du leben kannst ok beim nächsten mal ist es dran aber hier wie das damals alles noch aussah oder echt kacke fand ich es ich bin im trainingsmodus ja was haben wir hier unten steht doch noch nur ein hunter kann überleben aber erklär das mal dem all sensless der kapierter ist einfach nicht der idiot kannst du sagen was du willst ne pistole hört sich heute ne pistole hört sich heute ne pistole hört sich einfach mal mit deinem Outfit ok Terence Hill nochmal Terence Hill nochmal Terence Hill ok den nehm ich dann mal auch die maps sind irgendwie das aussah mal im vergleich zu heute hat sich schon ein wenig verändert geschätzte war derzeit ein viereck das stimmt allerdings was ist das da unten ach die Schüsse was macht der die 24 die 24 patronen insgesamt und 6 sind jetzt im magazin also nur Trommel du sagst es warte mal warte mal wirst du entdeckte wie zu wälzen was soll das sein guck mal hey es wird auch verboten hier im wald da ist es vorbei jetzt brenne ich doch dazu Alter wie dauert es lösch dich du Idiot oh schon der erste dem Spiken verbrannt oh Glück gehabt aber irgendwie stimmt ich habe mich von meinen eigenen Schritten erschrocken der Sound in Verbindung zum zum Bild nicht mehr ja so atmosphärisch ist es schon nicht schlecht so wie wir jetzt in dem Wäldchen stimmt die Atmosphäre ist nicht schlecht ok das Pferd erschieße ich jetzt um meine Seele zu retten warte warte ok da ist noch eins warte ich rette dich tut mir leid auch noch warte mal nach hier oh zum Glück schnell oh ich brauche Munition ok warte Alter mein Aim es ist ja der Wahnsinn ist doch noch alles ein bisschen laut oder? ein bisschen laut ja zum Glück etwas clever war ich schon etwas clever war ich schon oh was ist da los? alter nein geh weg nein geh weg was wo bist du hin? was ist da los? was ist da los? kleidschuhe an ihr habt was? oh oh schönes Ding nein 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 doch nicht den hammer oh das muss ich aus ah da ist der Sportfreund komm her Kollege headshot aber no scope schon gar nicht mal so übel ne aber warum ok das audio mit dem bild nicht übereinstimmt das weiß ich auch nicht naja der ist ja volksfest oder warum seid ihr alle hier? ja doch da musste ich nun extra drüber springen damit ich das Pferd erschieße aber nachladen alter nachladen was haben wir hier? ok alter die machen mich fertig ah alter und schuss ja schuss lauf 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 spring und spring die knarre her warte warte so jetzt will ich meine Munition hallo das ist lange Munition ich will die Munition er kapiert es nicht also vielleicht dämlich oder? er kapiert es einfach nicht ich könnte ihm in die Fresse hauen äh ich bin selbst getriggert von mir kann ich nicht aufgehoben werden kann jetzt die lange Munition aufhören werden? lange Munition lad nach du Vollpfosten kurze Munition lange Munition und da wird geschossen überall ich habe es aber glaube ich gar nicht richtig kapiert in dem Spiel wenn man sich überlegt wie lange ich hier rumlaufe ohne dass mich einer ab abknallt umlegt weg eyy die Vogelscheiche und mir sich eine Stunde Zeit lässt Jungs, Jungs weil ihr so kierig seid da habt der eine den Pferderarsch gepressen und der andere vorne rumkrölen den ganzen Tag ins Bett scheißen rennen wir hier ein bisschen ey alter wer bist du denn? du scheinst stabil zu sein aua ja genau und weg weg er legt mich noch um Hilfe er legt mich das ist der nächste er legt mich noch um renn da war ein Medikit da war ein Medikit Junge das war doch nur Spaß die Pistole ist doch nicht echt sensationell aber der ist harmlos der ist echt tot der ist allein der ist er ist schnell er ist schnell er ist wirklich schnell nein alter nein lauf doch schneller lauf schneller 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 nein 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 ich spüre ihn hier nicht 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 huu ich habe Angst gehabt wo ist denn die Larve Ich wollte ihm eine Headshot verpassen. Puh. Da war kein Kopf da. Ich hatte jetzt echt Schiss. Das war jetzt, als er hinter mir her war. Das war... Das war schon krass. Das Spiel hat es schon. Das hat schon was. Es ist ein bisschen behäbig. So mit dem Tränen und so. So mit dem Tränen. Ich soll wahrscheinlich einen Rift entdecken. Und dann meine ekelhafte Seele. Langsam kommt die Erkenntnis. Aber erst kriegt er es da drinnen noch. Ach da ist er. Er will mich anfackeln. Guck ihn dir an. Hallo. Hallo. Er hat vorbeigeschossen. Hallo. Nein. Und wenn ich... Und ich stehe die ganze Zeit dort. und schieße und mache einen Lärm für tausend Ritter, Junge. Und keine Sau kommt und knallt mich ab. Was ist das? Das ist der Rift. Das Rift knill ich. Und ich wette, das Gewehr ist immer noch leer. Ah, okay. So, was muss ich jetzt machen? Und schliessen. Ah, okay. Karte aktualisiert. Wir haben eine Karte. Wie geht die auf? Okay. Und es wird geschossen und ich habe es einfach nicht kapiert. Glaube ich. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, ich habe nicht kapiert, dass ich immer noch nicht allein auf der Map bin. Ja, auf jeden Fall. Versorgungspunkt. Zu. Hä? Kopfgeld. Jawohl. Jawohl. Ja, das ist eine gute Frage. Am Anfang, weil man es auch nie gesehen hat, so unberechtigt war das jetzt nicht, glaube ich. Aha. Die Wasserteufe, die waren damals, glaube ich, echt abzutöten. Ah, okay. Okay, mit Escape. So, jetzt habe ich das Inventar schon mal entdeckt. Werkzeuge. Da schießen noch andere. Er hat es kapiert. Er hat es kapiert. Nimm die Offiziere, du Idiot. Weil es hier aussieht wie im Sau. Statt. Alter. Lass mich hier noch von einem Krant totschlagen. Das kann man doch auch am ruhigen versuchen. Zu klären. Ich wollte ja nicht deine Bierdosen-Sammlung holen, Jan. Verhaftliches Talent. Der geborene Let's Player. Im Hunderstall scheint der Fuchs unterwegs zu sein. Lad nach. Die sind alle so eingeschmeidig hier. Da ist er. Das ist schon wieder so ein Trieb. Lauf, lauf. Jetzt wird es knapp. Oh, jetzt wird es. Ducken und durch. Ducken durch. Durch, durch. Du meinst, du musst bestraft werden. Was soll man dazu sagen? Was heißt das, andere Spieler zu gucken? Okay. Fetz. Oh, der war schon auf dem Weg zu mir jetzt. Der hätte mich bestimmt umgelegt. F8, hallo? Ich drücke F8. Es passiert nichts. Hey. Ich habe ja fast einen ganzen Level in zwei Runs geschafft. Sensationell. Also, es macht schon Spaß, doch. Muss ich sagen. Muss ich sagen, ja. Ja, muss ich auch sagen. Doch. Ja, doch. Ich glaube es dir. Ich glaube es dir, ja. Fetz. Fetz. Du hast recht, Alter. Oh, der Schrotflinde, der Schrotflinde-Problem, das stimmt auch cool. Schrotflinde ist der Hammer, Alter. Ich kann sie dir nur wärmstes empfehlen. Drei Runs für einen Run, Alter. Das ist sensationell. Ja, ja. Vermutlich. Also, ich hoffe ich, dass ich jetzt wenigstens mal Run 2 werde. Nicht, dass mich jetzt einer abknallt und ich komme hier raus und brauche vier Runs oder fünf. Ja, es dauert schon ganz schön lange. Joa. Also, die Wartezeit, das ist, das nervt. Das stimmt allerdings. Aha. Oh, guckt euch die Knochen an. Guckt. Ja, geil. Probier euch gleich mal aus. Probier euch gleich mal aus, Alter. Also, die Vogelscheine. Hier hat's ja nicht mehr, Alter. Da sieht man uns deutlich. Und der ist auch auf dem besten richtig. Ey, ey. Alter, du warst doch tot. Das mit dem Audio muss ich nochmal. Vielleicht kann ich da ja noch ein bisschen was justieren. Ich versuch's noch nochmal. Wenn ich das Video schneide, dass ich das an die richtige Position schiebe. So kann sich das kein Mensch angucken. Okay. Ja, doch Atmosphäre ist geil, oder? Also, das will ich nicht sehen. So, da kriegt er erstmal eine Bebreitseite. Muss ich nachladen. Wegrennen. Was war das? Im Wasser war das. Halt. Ah, okay. Ah, okay. Ich hab das Schlag geentdeckt. Was ist das? Im Wasser? Was war das denn? Jetzt ist wieder beruhigt. Ich wollte eigentlich da durchrennen. Ich, ja, fast da drin gewesen, um da rüber zu kommen. Die Schöße waren schon recht nah, muss ich sagen. Wird mir wohl auch kleiner einer eine Headshot verpassen. Was will ich denn jetzt? Maus-Empfindlichkeit. Ja, er kommt. Ja. Alter. Bleibst du liegen? Ja, der Kopf ist weg. Also, der, glaube ich, steht da nicht mehr auf. Da hinten schießt sich ja auch einer blutig, oder? Da sieht man ja auch nicht, wo er hinrennt. Immer schön aus nächster Nähe das Ding reindrücken. Heile dich, Alter. Hä, das ist... Ja. Ich bin jetzt wieder geheilt. Ich hab die... Okay. Das Wickeln gar nicht gesehen. Das ging damals heimbar irgendwie viel, viel schneller. Eben hatte ich noch eine Axt. Okay. Das hat er immer noch nicht kapiert, meine Axt. Heute ist Baden verboten. Das hier noch kein Jäger da ist und mich abknallt, das ist mir echt ein Rätsel. Aber wahrscheinlich waren ja alle so verstrahlt wie ich. Ja, Freundchen. Und er lädt schon wieder nicht nach, Alter. Ich kann nicht zugucken. Er kommt durch die Raben durch. Ja, kein Stress, meiner. Spektakulär. Waffe nicht geladen durch die Raben durch. Alles ganz toll. Du bist... Gesundheit ist noch voll. Endlich. Mann. Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich mir erstmal tüchtig eine in die Fresse hauen. Er rennt schon wieder zum Medikit Allo. Ist er behindert oder was? Jetzt will er den Hammer wieder. In der Aktion mit irgendwas hat es mir echt angetan. Sekundärer-Slot. So. Weiß nicht mehr, was ich damals... Ich meine, das war ja... Du konntest ja auch Waffen aufnehmen, ja? Woher sollte ich eigentlich wissen, dass der Hammer nicht eine Waffe ist, die man im Inventar behalten kann? Das war schon... War vielleicht nicht ganz so blöd. Hallo, komm her! Ah, okay. Das muss man richtig timen. Ja. Die Fliegenschlampe, wie sie sinkt. Hört sich an wie Gizmo, Alter. Wieso kann ich die Axt eigentlich nicht einstecken in den Slot? Wenn ich jetzt wo die Knarre nehmen, ist die Axt wieder weg. Ja. Da sind wieder die Bienen. Immer noch. Lauf, Forrest, lauf! Das ist ein schöner Kreis. Lauf! Alter, an jeder Ecke. Junge, der schöne Anzug. Ja, manchmal ist es schon etwas lustig. Äh, komm mal her da, jetzt reicht's mir mit dem Schwein. Ich habe gedacht, ich renne durchs Feuer. Alter. So, die Alte ist tot, verpisst euch. Da drin gab es Medizin. Wo habe ich... Alter, du rennst falsch. Irgendwo, glaube ich, hier. Nee. Da. Rechts. Da. Da, nehmt ihr links! Glasschermen überall. Er rennt am Medikit vorbei, Alter. Ich hasse ihn. Ja, das war nicht der Laden. Nee, du Idiot. Oh, es triggert mich. Was ist das? Emissionskiste, du... Voll Forsten! Plus drei. Ist ja nicht viel. Das stimmt allerdings. Das ist ja auch schrolt. Ich kann eh nicht so viel aufnehmen. Da willst du das Land befreien? Ich bin gespannt, wenn mich mein erster Jäger über den Haufen schießt. Also, wenn mich ein erster Jäger über den Haufen schießt. Nicht mein erster. Das werde ich wohl nur sehr schwer kapieren. Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich bis jetzt verstanden habe, dass die anderen Jäger mich auch umbringen wollen. Sensationell. Die Zeit ist fast rum. Okay, das war das Ding vorhin. Ich habe noch keinen Begriffen aufgenommen. Aber ich bin ja nun schon fit. Und ich habe... Ich bin noch keinen Meter vorwärts gelaufen. Alter, ich hänge immer noch an der Sägemühle rum. Mein Gesundheitszustand. Jetzt sucht er seinen Gesundheitsbalken, Alter. Ich wollte ja darüber. Ja, mach... Komm in die Gänge, Alter. Zwei runter. Ja, komm her, brav. Komm mal an. Ja, komm... Da kommt was von links. Okay, jetzt nehme ich meine Axt wieder mit. Alter, er hat die Arsch wieder weg. Er wusste ich doch. Hinterrücks kommen sie. Nicht hinterrücks, ein Knilch, Junge. War wahrscheinlich sauer, weil ich seine Hunde erschlagen habe. Er hat doch schon eine Stunde lang dort gestanden und gebrüllt, Alter. Dann musst du sie an die Leine nehmen, Junge. Beim nächsten Mal. Du kannst doch deine Hunde nicht so frei rumrennen lassen. Ja. Erlöst mich doch endlich einer. Wieso blinken jetzt die Tore? Vorhin haben sie nicht geblinkt. Dir wächst was auf den Kopf, Alter. Oh, deine Axt. Es ist doch kacke. Er wundert sich jedes Mal, Alter. Ich bring ihn um. Hier. Uh. Da hat's ihn umgeschmissen. Er steht seelenruhig hier, Alter. Das ist Wahnsinn. Vollzeug nicht. Steht zu. Und nun? Wenn die Tür zu ist. Dann musst du mal die Fingernägel schleifen. Oh ja. Pass auf. Ich wollte ihn gerade reinlegen. Ich wollte gerade vor seiner Nase die Tür zumachen. ... ... ... ... ... Alle ziemlich ungeschmeidig in der Gegend, oder? Nehme endlich mal ein Messer mit. Oh nein, was ist da los? Ja, kapiert's? Das ist so traurig. Nein, Alter! Ey, du bist fett, du kannst nicht rennen. Hier, schnell, den flächig rein. So, Tür zu, Fettsack. Guck mal, wo du bleibst. Fett, die ist ja wirklich sehr langsam. Na, Dicker? Ich wette, ich hab zu blöd, ne Tür aufzumachen, was? Ich hab noch nicht mal mitgekriegt, dass die Maten dort unten rumkriechen. Ja. Ich hab auch mal vier Schrot. Das ist kacke. Das ist kacke. Oh, die Zeit, gleich ist die Zeit weg. Da wird für mich wahrscheinlich wieder die Welt runtergehen. Zwei. Ja, mehr brauchst du auch nicht, Idiot. Die Zeit ist gleich rum. Wie jetzt? Was denn? Er hat's nicht kapiert. Also, ich... Das ist der Wahnsinn. Das hab ich noch nicht richtig kapiert. Ja, ich merk's. Alter, Alter. Das geht... Läuft hier irgendeine Zeit, oder was? Ja! Oben links, in der Ecke. Hey, ich bin schon Rang 2. Wahnsinn. Hat ja nur drei Rands gedauert, Alter. Okay, ich glaub... Ne, heute muss ich Schluss machen. Ja, was soll's das erst mal? Ich muss hier auch rektieren. Ah, okay. Verkleiden die mich denn? Ah, gut. Ja. Woher sollte man's wissen? Ja. Woher sollte man's wissen?